scannen neue mission lokalisiert vor dem vorrücken alle gegner eliminieren kein problem kann ich nicht ich möchte ganz gerne köder auswerfen und das war cool das weiß ich hallo ich habe es doch ich kann ich kein kühl auswerfen ich habe acht solche verdingsten tschuldigung ich okay man sollte es auch spielen können ja ich gehe mal ein bisschen in deckung hier ist wohl keiner oder was labern die alle also ich glaube es kommt kein dinosaurier mehr das da kann ich hier irgendwas machen nein oh hallo hallo blume fred und 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 kommt er und und Friss das, friss! Ähm, der hat ein bisschen viel, okay, ja, 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 wir machen das hier, die langweilige... Au! Ne? 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 Oh, jetzt bin ich runtergerutscht. Okay. Oh, jetzt bin ich runtergerutscht. Oh, jetzt bin ich runtergerutscht. Boah, Alter, diese Feuertypen. Oh, ein bisschen nachgelandert. Okay, da gibt es echt nichts mehr. Oder wie? Nein. Okay. Gut, jetzt können wir die noch ein bisschen... Lass dich nicht stören. Darf ich mal? Ja. Hallo, ich möchte den. Der blinkt. Na Gott, weil sie hier schon ein Cyberherzen haben. Darf ich mal? Okay. Ne, darf ich nicht. Okay. Ich bin jetzt langsam mal durch. So, diese Garnison ist auch befreit. Das freut mich. Wenn das hier... Munizium kaufen? Munizium kaufen? 264. 20% Rabatt. Ja, jetzt ist alles gesperrt. Das ist doch echt unglaublich. Galeria. Die ist auch noch alles gesperrt. Das ist doch echt unglaublich. Konsumartikel. Moment. Körperpanzer 100. Ah. Ja, den nehme ich doch. Ja, den kaufe ich. Nanomedsonden. Ja. 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 Kartenscan. Ah. Ah. Zu Budgeterweiterung. Ja, doch gerne. Den nehme ich doch auch. Wenn ich das immer noch erreiche den Damm. Warte mal, kriege ich noch? Nein, ich kriege nicht mehr. Das sieht doch komisch aus. Was? Da blinken schon wieder welche da drüben. Hä? Ich kriege bald ein Achievement für irgendwie 25 Millionen Gesammelte. Die andere geblinkt. Wissenschaftler mit Waffe? Komisch. Okay, gut. Wo man sich fürchten muss, oder? Noch irgendwas, was ich eben machen kann? Ah, da ist irgendwas. Ah, Abenteuer von Sohle. Vaters Raubtiers. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Haben einige gewissen... Gehe und bring die Katzen um, weil sie Katzen sind. Aha. Die sind ja wahrscheinlich nicht denn hier vor der Tür, schätze ich mal, ne. Ich geh einfach mal ein Stückchen vor. Was sind das hier? Komische Schafe. Sehe ich die eigentlich jetzt auf der Karte? Das ist... Das ist doch kein Tiger, oder? Das ist ein Tiger. Und da ist ein Tiger. Okay. Hier ist eine VS-Kassette. Ja. Ja, diese Richtung. Hups. Okay, da komme ich so nicht hoch. Ne. Ne. Da oben irgendwo... Ne. Wie komme ich denn da hoch? Oben auf dem Berg. Hm. VHS-Kassette Line. Was ist das noch? Kann ich's machen. Nein. Na toll, hier hätte ich gar keine kaufen müssen. Sprengstoff auffüllen. Munition. Okay, okay, okay. Naja, wir haben jetzt hier ein bisschen was gekauft. Was soll's? Ähm. Gucken wir mal auf die Karte. Gucken wir mal auf die Karte. Da unten ist ein Tiger. Das kriegen wir wohl hin. Dann machen wir das doch mal. Immer nochmal hier mal. Einmal in die richtige Richtung. Oh, diese Karte ist echt ein bisschen seltsam. Kann ich eigentlich mit der rechten Mast... Ah ja, ich kann mit der rechten Mast... Ah. Was leuchtet hier so gesund? Weiß man nicht. Ah, da ist was. Na ja, klar. Fanny ist weg. Ich fand irgendwie so ganz komisch rückwärts. Das fang ich mit dem Scheiß zusammen. Hm, okay. Das ist kein Tiger. Das ist ein Tiger, oder? Das ist ein Tiger! Das ist ein Tiger. Der ist ein Tiger. Das ist ein Tiger. Aber den Boah! Nein! Fuck! Er kam gleich mit drei Autos, die Dreckssäcke. Ah. Ja, danke. Das heißt, dort die VS-Krise habe ich aber noch gesammelt, ne? Die habe ich noch gesammelt. Das kann ich da... Kann ich da Bötchen fahren? Oh Mann. Ups. Moinsen. Kleerschwätz die Gang. Am Wasser. Also der hält ganz schön was aus. Wo ist... Wo ist er? Warte, 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 warte. Darf ich mal... Das läuft nicht ganz wie geplant. Nochmal das Ganze. Echt nicht gesehen, wo war der? Der Drecksack. Da kann ich hochklettern, oder wie? Ups. Und Ups. Und Ups. Und Ups. Und Ups. Und Ups. Und ich komme da nicht hoch. Was heißt, Drache? Hä? Oh, das nervt. Was? Wo denn? Wo ist denn der Scheiß? Wie? Boah, ist hier im Verkehr? War der jetzt mitergessen, oder? Wo ist dieser verfickte Tiger? Wo ist dieser verfickte September? Wo ist ihr Löfer? Wo ist dieser 올라ge, wo er schicht, war derke Kör chime? Wo ist deine outputs? Wo ist der Trailerk drauf? Wo ist der stimmt, oder? Warte, wo ist der 해�أ? Woanders? Wo ist derstragie? Aber heute hast du... Wo ist das vor Süß? Wo ist unsere Brăm کہ? Wo ist das sie hier? Oh, da ist ein Drache. Na, wieso kann ich die nicht? Oh. Oh, die Typen, die Viecher nerven. Oh, wo ist der verweckte Tiger? Da warten die schon wieder mit ihren Autos. Ja, klar. Spawnt jetzt hier noch 5000 andere. Das sind Wüsten, dass ich hier herkomme. Wo ist der Tiger? Die haben sie mitten dabei als Kuschelkätzchen. Ich hätte ganz gerne Granaten für sowas. Rex. Wie Rex. Ich renne mitten in seinem... Boah. Wer denn? Was denn? Wo war denn der jetzt? Der? Hm. Das laute ist aber Tötenfessel. Furze. Boah. Ich werde nicht mehr. Was ist das für einer? Wir nehmen jetzt den. Oh. 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 Komm ich dann wo raus? Da komm ich raus. So. Was darf in der Ansammlung? Macht ihr Ferien oder was macht ihr hier draußen? Ey, hier ist doch nichts zu glauben. Lass mich in Ruhe und lass dich in Ruhe. Ja. Ist gut, Chewy. Hm. Wie so eine Schatzkiste. Ich gebe dir keine Haie mit Laser auf dem Kopf oder so, oder? Hm. Ziemlich unwirtliches Gegentier. 一年變強,一週アミュns横алист 小匠 小匠